Hast du etwas Unerklärliches gesehen, gefilmt oder fotografiert? Melde dich via unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.hangar18b.com Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt geht's los! Hallo da draussen, heute wieder aus dem Hangar mit einem interessanten Gast im Studio, Martin. Hallo Martin. Hallo zusammen. Hallo Martin. Martin hat etwas sehr Spezielles erlebt, eine kleine Gestalt mitten im überbauten Gebiet. Martin, wann war das? Was hast du gesehen? Erzähl doch mal. Also das war folgendermassen. Das war am 16. oder 17. Februar, wisst ihr das noch genau? Ich glaube es war Donnerstag, der 16. Februar. Ich weiß noch die Zeit, es war um 10 vor 5. Weil der Grund ist, ich arbeite so als, ich habe eine Praxis auf traditionelle chinesische Medizin, das mache Akupunktur und chinesische Heilkräuter und so. Und ich hatte um 4 Uhr einen jungen Patienten und ich brauchte drei, vier Stunden mit dem zu arbeiten und nach hatte ich noch eine Viertelstunde Pause. Und dann bin ich in die Küche gegangen, das ist jetzt wo ich auch hier bin, und habe mich ans Fenster gestellt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich rauche ab und zu mal Zigarette, ich rauche nicht viel, aber zwischendurch rauche ich doch eine. Und dann habe ich am Fenster gestanden, habe eine geflammt und so in die Hintergärten rausgeschaut. Weil von hier aus sehe ich direkt so in die Gärten, da vorne ist die Straße und da sind die Rückwände von den Häusern. Und das sind so diese Gärten, wie man die kennt, oder? Ja, und dann, und da habe ich da so meinen Blick schweifen lassen und plötzlich sehe ich da, ich sehe da irgendwas in einem Garten stehen, so eine kleine Gestalt, also so irgendwie 80 Zentimeter und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Und plötzlich fängt das sich an zu bewegen, ich dachte zuerst wäre irgendeine Puppe oder irgendwas. Und dann fängt das sich an zu bewegen und läuft, das Interessante war, da war so ein Steinweg, also wie die, manchmal sind so in diesem Garten, in diesem Garten und da ist ein Steinweg runtergelaufen und durch die, da ist so eine Gartentür, das sind uralte Häuser, also die sind von so 1900 oder so, das ist eine Stein, Steinbauten sind das mit einer Glasscheibe als Türe und die war aber offen und dieses Wesen, das lief einfach da rein. Ich habe das etwa fünf Sekunden gesehen und das Extreme war eben, weil das hat sich so nicht menschlich bewegt, also es hat so einen ganz komischen, so einen schlenderen Gang, ich kann es mal vorzeigen, das war so irgendwie, das hat sich so total schlendernd bewegt, alles hat sich so bewegt und man hat einfach gesehen, das war so ein kurzer Oberkörper, ziemlich lange Beine, ziemlich lange Arme und ist einfach über diesen Weg gelaufen, da rein und da habe ich es nicht mehr gesehen. Ich habe das etwa fünf Sekunden gesehen, aber ich habe es total deutlich gesehen, das war keine Sinn. Mein erstes Gedanke war, ey, das muss irgendeine ferngesteuerte Puppe sein, da dachte ich, was ist eine ferngesteuerte Puppe, dann hat es mir, in dem Moment hat es mir alle Haare gesträubt, das war, das war, ich hatte echt einen Schock, weil ich, das war kein Mensch und ich habe, ich bin ja nicht so, dass ich irgendwie an irgendwas glaube oder so, also ja, das, was man sieht, aber ich habe mich total erschüttert, weil ich konnte es nicht fassen, was ich da gesehen habe. Sehr speziell. Und das Spezielle war, dieses Wesen, das war ganz in Weiss gekleidet, das war wie so ein hauptenger Anzug, also das habe ich einfach, ich habe gesehen, es war so ein Eierschalenweiss irgendwie, den Kopf habe ich ehrlich gesagt nicht richtig gesehen, weil da war, da hat es noch so ein paar Büsche und so und ich habe nur irgendetwas Dünkleres oben gesehen und dann einfach diese weiße Gestalt mit diesen langen, dünnen Armen, diesen langen, dünnen Beinen, wie das aus diesem Weg hinuntergelaufen ist. Und ich hatte nachher, um 17 Uhr hatte ich nochmal einen Patienten, dann habe ich, ich war natürlich total weg, diese Patientin, die hat dann auch gesagt, was ist denn mit dir los und ich habe gesagt, ja, ich habe egal was gesehen, aber ich kann das nicht einordnen und bin dann nachher, um 6 Uhr war ich fertig, habe ich meinen Hund genommen und bin dann da hingegangen sogar, zu diesem Haus und habe da geklingelt, weil das hat mir keine Ruhe gelassen. Dann habe ich da geläutet und da lebt ein altes Ehepaar, also die sind beide über 65, sind pensioniert, und habe das denen geschildert und hat gesagt, ja, das stimmt, die waren irgendwie so, bis so um Viertel vor 5 waren die im Garten, das war eigentlich ein sonniger Tag noch, aber das Wetter war okay, und nachher sind die reingegangen und um Viertel nach 5 ist er nochmal raus und hat die Türe zugemacht, aber die hatten, die hatten nichts mitbekommen, die waren dann oben, also das war so ein Unterstock und das war irgendwie oben und die konnten sich das auch nicht erklären, ich wollte die auch nicht verunsichern, aber ich habe das gesehen und ich dachte einfach, ich muss jetzt das irgendwie abklären, ob die, ob die vielleicht irgendwie, ja, ich wollte einfach wissen, was das ist und ich konnte es reinmachen, sie habe mir so keine Ruhe gelassen, ja. Sehr speziell. Später habe ich dann meine Schwester angerufen nachher auf dem Spaziergang und habe ihr das erzählt und, weil ich weiß, sie befasst sich ein bisschen mit so komischen, also mit so Erscheinungen und hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie ein auswärtiges oder so. Und dann hat sie mir gesagt, ich sollte mich da bei euch melden, das habe ich dann auch gemacht. Okay, ja. Weil sie hatte irgendwie diesen Link und dann habe ich gedacht, okay, mach ich mal, ja, und ich habe das ja euch dann geschrieben, was ich da drin habe, das war damals noch ganz frisch, ja. Ja, sehr cool. Aber das Schräge war, wie der sich bewegt hat, das war so schräg. Ich weiss nicht, vielleicht kennst du diese Roboter, die jetzt mittlerweile immer mehr präsentieren im Internet, wie weit sie da sind mit der Forschung. Also ist er richtig so in diese Richtung, so einen klassischen Roboterschritt oder einfach wirklich so? Nein, es hat sich so, es hat sich total fliessend bewegt, also so wie so einen ganz fliessenden Gang, total fliessend, aber es hat sich alles so bewegt an ihm. Alles war, oder an dem Ding. Es war so nicht wie ein Roboter. Es war überhaupt nicht menschlich und auch nicht wie eine Maschine. Es hat sich so total fliessend und so, alles hat sich bewegt und dann hat er so kleine Schritte gemacht, also ich sage jetzt eher, oder? Er hat so kleine Schritte gemacht, aber ist trotzdem relativ schnell vorangekommen. Also mit so ganz kurzen Schritten, aber total, und hat sich, es war alles, es hat alles irgendwie so nicht gepasst. Weisst du, wenn jemanden sehen, wie er sich bewegt, dann, ja, dann, man weiss, wie sich ein Hund bewegt, man weiss, wie sich ein Hund bewegt. Aber das war so, das war so total ausserhalb der Norm. Das hat mir so diesen Schrecken eingejagt. Also es hat mir, ich schwöre es euch, wie gesagt, alle Haare gestellt, alle. Ich wusste gar nicht, dass sie es können, aber das hat mir alle Haare gesträubt. Krass. Wenn du sagst, dieses Objekt oder dieses Wesen, war das wie ein Mensch sichtbar, oder vielleicht eher wie ein Geist, wie man sich einen Geist vorstellt? Also dass das verschwommen war, oder? Nein, es war eben nicht verschwommen. Es war, ich glaube, auch wenn du bei mir gewesen wärst, du hättest das auch gesehen. Es war häufig und klar, wie wenn du eine Katze siehst durch den Garten gehen oder einen Hund oder irgendwas. Es war so klar. Also es war wirklich keine, nicht so etwas Verschwommenes oder auch nicht nur, weisst du, so ein Schatten oder irgendwas, sondern es war wirklich klar. Ich habe das fünf Sekunden beobachtet etwa. Fünf Sekunden, weil das war eine Strecke von irgendwie, ich sage mal 30, 40 Meter oder so. Das war ein bisschen weniger. Und ich habe das beobachtet, wie das diesen Weg da runtergegangen ist. Man hat das total klar und deutlich gesehen. Und das war nicht eine Sinnestäuschung. Ich habe mir das auch überlegt. Aber das war für mich völlig klar, ja. Und du hast gesagt, das ging in das Haus rein oder so? Also wie muss man sich das vorstellen? Also das ist so eine Datentüre, die ist total verspiegelt, aber die habe ich nicht gesehen, weil die war offen. Und nachher um vierten nach fünf, als ich da meine Patienten, ich habe da die Nadel gesetzt, bin dann nochmal zurückgegangen, weil es mir keine Ruhe gelassen hat, bin ich um vierten nach fünf nochmal zum Fenster, habe da reingeguckt und dann war wirklich, die Türe war geschlossen. Das habe ich erkannt daran, weil unten war so ein Katzentürchen, so ein weißes, kleines Katzen. Dann habe ich das gesehen, das habe ich vorher nicht gesehen. Da wusste ich, das ist eine Glastüre, weil die Distanz ist etwa 70 Meter von hier. Und dann konnte ich, es war einfach so eine schmale Glastüre und die war offen und dieses Wesen ist einfach da reingegangen. Dann habe ich es nicht mehr gesehen, nachher eben musste ich meine, also habe ich gearbeitet kurz und dann bin ich zurück und dann war die Türe zu. Und danach bin ich ja dahin und ich habe ja einen Hund, der hat mir das alles so unten abgesucht, weil die waren ja auch irgendwie verunsichert. Wir sind dann in den Keller gegangen und in all diese Räume unten und so und da war nichts und mein Hund, der hat auch nicht angegeben, dass er irgendwas finden würde. Der hat sich nicht komisch verhalten, wo du sagst, das kenne ich gar nicht vom Hund. Nein, überhaupt nicht. Als du zum Fenster rausgeschaut hast und das Objekt gesehen hast, ist dir aufgefallen, ich sage jetzt, Umgebungsgeräusche, da war irgendwas anders oder normal? Alles ganz normal. Da oben waren sogar noch zwei Arbeiten, weil bei mir im Hintergarten, da machen die so ein, die haben nach dem Garten, da ist ein Gartenbauer, die haben da gearbeitet, ich habe die Reden gehört und das war einfach etwa 50 Meter unterhalb von denen. Sonst war alles ganz normal, dass man die ganzen Strassengeräusche gehört, man hat alles gut gehört, so wie ich mich erinnern kann. Ja, da war nichts irgendwie jetzt still oder so. Das war einfach wegen dieser komischen Szene mit diesem Wesen, ich sage jetzt Wesen, wie das da angelaufen ist und da verschwunden ist. Nachher habe ich das nicht mehr gesehen. Aber das hat mich, das hat mich tief erschüttert. Ich bewege. Es passt ja nicht in mein Weltbild. Ja. Und hast du da eventuell ein Licht noch gesehen, so einen Kugel, also einen Leuchtblitz oder irgendwie eine Leuchtkugel auch? Nur diese Figur. Ja. Was so schräg war, die hatte so einen kleinen, verkürzten Oberkörper, hatte ich den Eindrucken, so ziemlich lange, dünne Beine. Also das war nur etwa, ich schätze, es war so vielleicht ein bisschen mehr wie 80 Zentimeter, vielleicht ein Meter, 80 Zentimeter, was ist ein Meter die Grösse? Ganz dünne Arme. Und eben den Kopf habe ich nicht so, da habe ich es ein bisschen dunkel gesehen, weil das Kleid oder was es anhatte, war weiss. Ja. Ja, das war das, was ich gesehen habe. Das merkt man. Es war kein Licht, es war kein Leuchten, es war gar nichts, kein Geruch, gar nichts. Da habe ich nur dieses Wesen, ja. Also ich frage dich jetzt einfach mal so knallhart durch die Blume, sieht das eher so aus wie der Kollege hier hinten mir. Ich weiß nicht, ob du das gut siehst, aber... Ah, warte jetzt mal, da muss ich gucken da. Natürlich, eben, ja, von den Schultern her schon, natürlich, den Kopf habe ich eben schlecht gesehen. Ja, klar. Also, es war genauso schmal, ja, es war etwa so von der Breite her, so in der Größe, auch von der Höhe etwa steht das schon, aber den Kopf habe ich nicht gesehen. Ja, klar. Ich habe gesehen, dass es ziemlich schmal war, ich weiß nicht, was man keine Angst machen würde, man würde sagen, dem gebe ich einen Tritt und dann fliegt das weg, aber, gar nicht beängstigend jetzt, aber es war einfach beängstigend, weil es sich so unnatürlich bewegt hat. Es hat sich so schräg bewegt, diese, dieser schlendernde Gang, der war so ganz, ja, ich kann es gar nicht so richtig nachmachen, ja, aber so ein Schultern war nicht so, ja, vielleicht, eben den Kopf habe ich nicht richtig gesehen, aber da war es nicht dunkel, also der Kopf war dunkler wie der Rest, das war jetzt nicht weiss in weiss, unten war noch etwas dunkler, das habe ich schon gesehen, und dann unten war einfach, der Körper war weiss, ja. Ja, sehr speziell. Das ist wirklich, wirklich spannend und auch gut, dass du zu den Nachbarn rüber bist, aber du hast nicht mitbekommen, dass zum Beispiel jemand verstorben ist, in deinem Haus vor kurzem, oder? Ja, die haben mir gedacht, die Spinne, oder? Ich dachte, das ist ja eine Spinne, oder? Aber ich habe gesagt, ich muss jetzt einfach da hingehen und ich muss das irgendwie abklären, weil es ist so nicht in mein System reingepasst und wenn die mir jetzt gesagt hätten, ja, ich weiss nicht, vielleicht hätten die behinderte Tochter, die sie irgendwie, keine Ahnung was, irgendeine Erklärung, wäre das ja okay gewesen, aber die hatten überhaupt nichts, das ist ein älteres Pärchen, was keine Kinder jetzt da hat, die hatten Enkelkinder, aber die waren nicht da, das haben die mir gesagt, ähm, sie konnten es sich auch nicht erklären, ja. Ja, man hört eben das von Verstorbenen oder irgendwie das Geistererscheinungen, wir hatten ja auch Leute, eine helle Lichtgestalt wurde, glaube ich, gesehen, und eine dunkle, genau, also dieses Wesen, ist uns jetzt auch nicht so bekannt, wir kennen die Videos, wo es gibt, auch aus dem Internet, wo, ähm, solche Wesen zum Teil angeblich auftauchen, aber die sind dann grösser, ja, vielleicht, vielleicht wirklich jemand aus einer anderen Dimension, wo du, wo du auch immer kurz gesehen hast, oder, ja, was mich einfach erstaunt hat, es war so, es war so deutlich, weißt du, es war nicht irgendwie, irgendwas Schemenhaftes, oder irgendwie was, was man wirklich da, habe ich es jetzt gesehen, und habe ich es nicht gesehen, ich habe es deutlich, ganz klar gesagt, ich habe dann auch eben meine Schwester angerufen, ich habe meine Freundin angerufen, ich muss es einfach den Leuten, die mir so nahe sind, erzählen, weil ich konnte es nicht für mich behalten, und wir haben das mir auch geglaubt natürlich, die haben gesagt, ja, klar, aber ich konnte sich nicht erklären, was das genau war, also meine Schwester, die gesagt, ja, das war es nicht so, was und so, aber hat sie gut gemacht, die Schwester, lieben wir aus an sie, dass sie dich auf uns verwiesen hat, ja, ja, ich dachte auch, wir müssen irgendwo deponieren, sonst, so streng das Ganze, ja, die Frage noch, wenn das etwas von woanders war, also hast du oder jemand, hast du gehört von jemandem, der in diesen Tagen vielleicht komische Lichter am Himmel gesehen hat oder irgendwas Ähnliches, gab es da was? Also bis jetzt überhaupt nichts, ja, wirklich gar nichts, ja, ich habe, ich habe es, ich muss ehrlich sein, ich habe es auch nicht so verbreitet, weil ich will ja nicht, ja, weißt du, man, ja, ja, wenn man das erzählt, dann heisst es ja bald mal, was ist denn das für Spinnen, oder? Ja, ich habe es einigen Freunden erzählt, ich war letzten Freitag mit einem Freund aus und da habe ich es ihm auch erzählt, oder, und meinen Kindern, beide schon erwachsen, denen habe ich es erzählt, aber sonst, irgendwie, das, das behalte ich schon so für mich, also ich erzähle es nicht jedem, natürlich, kann schon sein, dass irgendjemand was gesehen hat, aber, das habe ich, das ist nicht bis zu mir durchgedrungen, ja, das war wirklich nur dieses Erlebnis, diese heftigen, ich sage mal, heftigen fünf Sekunden und, und nachher habe ich eigentlich nichts mehr mitbekommen, von, ich, ich muss ja, ich schaue jeden Tag heraus und hoffe, dass wir das wiedersehen, weißt du auch, das war so schnell, alle haben gesagt, ja, hättest du es doch aufgenommen mit dem Handy oder so und, ja, das geht so schnell, ich hatte mein Handy gar nicht bereit und wenn ich es vorgenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich, das gar nicht mehr fertig anschauen können und ich hätte trotzdem nichts aufgezeichnet, das ging so schnell, dann halt fünf Sekunden sind lange, wenn man was sieht, finde ich, aber schlussendlich, wenn, also zum Handeln ist es dann wieder zu kurz, ja. Vielleicht noch die Frage, das war ja ungefähr 17, 70 Meter weg, weg von dir, oder ungefähr, was schätzt du, wie schnell war das, also, wenn jetzt du da entlang gegangen wärst, hättest du rennen müssen, oder, wie war das ungefähr? Ich schätze, das war etwa so, wenn ich jetzt, ich habe, ich bin ja grösser und so, ich schätze, dass ich etwa so schnell bewegt, wie ein Mensch etwa, plus minus, wenn ein Mensch einen normalen Schritt hat, ja. Okay. Es war ja viel kleiner und hat ja eigentlich viel, es hat total, es hat ganz schnelle, also mit den Beinen, habe ich gesehen, hat es so ziemlich schnelle Schritte gemacht, eben so, und oben hat sich das wieder so, also, komisch bewegt, so mit den Armen so geschlenkt, und es hat sich, der ganze Körper hat sich irgendwie bewegt. es war so eine, so eine komische Bewegung, sag ich wie, auf einer Art sah es behindert aus, und auf einer anderen Art sah es, sah es total, ähm, harmonisch aus, es war so, okay. zwischen behindert und harmonisch, einfach so, ja, so kann ich das haben, weil zuerst habe ich gedacht, das wäre, ich habe mir zuerst gedacht, ja, das ist eine ferngesteuerte Puppe, und dann war es eine ferngesteuerte Puppe, sowas gibt es gar nicht, also, ich weiss, diese Videos von diesen Robotern, habe ich auch schon gesehen, aber diesen Hunden und so, die sie da hinten und so haben, aber das, die bewegen sich ja dann, wirklich wie Maschinen, aber das hat sich nicht, wie eine Maschine bewegt, das hat sich, ja, trotzdem irgendwie fliessend bewegt, ja, und ich würde sagen, so, in der Geschwindigkeit von einem normalen Menschen etwa, ja, ja. Sehr spannend. Ja, absolut. Ja, Martin, vielen lieben Dank, für deine Ehrlichkeit und deine Sichtung, die du berichtet hast, und. Mehr kann ich nicht dazu sagen, wirklich, tut mir leid. Das ist perfekt, und wenn jemand anderes da draussen noch gesehen hat, in der Umgebung von Martin, meldet euch bei uns, und wir sind gespannt, ob da etwas zustande kommt, falls es noch jemand gesehen hat. Vielen lieben Dank, Martin. Ja, danke Martin. Alles Gute, Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. 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 Vielen Dank.